Du machst besser schnell hat sie gesagt, ne? Da müssen wir auch noch irgendwie durch. Du machst besser schnell. Ich weiß ja jetzt erst mal gar nicht wo ich bin. Ja, wir wissen es ja erst mal gar nicht. Ich kann ja gar nicht schnell machen, solange wir nicht wissen was los ist. Oha, aus dem Auto, aus Fallout. Rote Essenz, sehr gut. Ja, wenns mal ginge, ne? Wenns mal ginge, dann könnten wir uns jetzt da hochziehen. Oh man, ich wünschte es würde gehen. Ruinen von Ueltyung. Ich glaube ich habe es geschafft. Der stürzt jetzt ab. Ich habe ihn gerade abgeschossen. Ihr seht es ja gerade. Er hat krass an Höhe verloren. Sehr gut. So, okay. Ich glaube wir müssen eh zurück, ne? Ring des Zerschmetterns. Oh, warte eigentlich mit. Wie komme ich denn ins Inventar nochmal? Oh shit, da wollte ich... Tagebuch, Zauber, Ausrüstung. Ich weiß nicht mehr wie ich... Äh, Ringe. Des Zerschmetterns. Zerschmettern Schaden plus 28%. Geil, rein da. Mit G war das. G wie... G wie... Gitten wenn... G wie Gegenstände. G wie Gegenstände. G... Gepäck. Gepäck ist auch gut. Gut. Und los. Feind seine Patrouille. Was machen die hier draus? Sterben. Mist, die kann ich nicht zurücktreten. Die landen immer zu weit hinten oder zu weit vorne. Ich will die ranziehen und zurücktreten. Das ist, äh... Das ist mein... Oh, hallo. Das ist mein Ding. Oh, hallo. Jolt. Jolt, 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 jolt. So... Mist, das hat nicht geklappt. Mist, das hat nicht geklappt. Mist, das hat nicht geklappt. Er ist mal wieder da. So Immer noch Kampfmusik Seh ich schon Entschuldigung Kurz in die Fresse Och Leute bitte Leute Euer ernst Leute Das ist doch wohl nicht euer ernst Ich Ich guck gerade in den Chat Ich hab einfach keine Worte mehr Ich Bin manchmal ein bisschen traurig So Warte mal Leute wartet kurz Dann könnt ihr sehen Es wird hier eingeblendet Wie man mitmachen kann Falls ihr Falls ihr Nachzügler seid Oder nicht Auf unserer heutigen Keysteuerliste steht Kommt gleich wieder Ich versuche mal drauf zu achten Wenn es kommt Ja So Habe ich irgendwas verpasst Habe ich irgendwelche Treasures verpasst Oder so Leute es gibt keinen Command namens Whisper Es gibt keinen Command namens Whisper Whisper ist eine Funktion von Twitch Ist das ein letztes Test Wir spielen gerade einfach hier im Stream Ich wollte das Ding anspielen Und Punkt Ja Und dann hat er hier gefragt Ob sie anspielen will Habe ich gesagt Ja wenn du schon so fragst Dann Und jetzt sitzt ich hier und spiel immer noch So Rennadierinnen Lade nach Erstmal in die Fräse Grenadierinnen Grenadierinnen So Kann ich da nicht Das mit dem Schatten gerade klappte gut ne Kann ich da rein Nee Schade Wolltest du nicht zu blau wechseln Habe ich das gesagt Mir ist ehrlich gesagt Ziemlich Wumpe Das mit dem blau Ich hoffe dass es auf alle Skills Auswirkungen hat Das mit den Headshots Nicht nur auf blau Ich will ja nicht nur Nicht nur blau machen Wechselwinde So Easy peasy Achso Oh Gott Oh Gott Das Tor ist verschlossen. Es braucht Energie. Lebt die noch? Nein. Okay. Heilkristall voll, oooh. Ärgerlich. So. Kommt das gerne mal auf YouTube? Wir haben auf YouTube gerade zu viel, oder? Ich bin mir fast sicher, wir haben auf YouTube aktuell gerade auch ein bisschen zu viel. Das kann keiner gucken. So, wir haben ein paar, äh, geht eigentlich. Farbkristalle. Ohaio. Ring der Asche. So, Gepäck. Äh, Ring der Asche. Druckwelle Schaden. Hm. Achso, ja. Druckwelle Schaden. Naja. Da drüben auch noch blau. Manakristall ist voll. Äh, soll ich noch ein bisschen weiter rum gucken? Warte, warte. Wenn ich jetzt zum Beispiel... So bin ich hin gekommen, ne? Da oben komm ich auf keinen, auf keinen Fall hin. Okay. Da komm ich nicht hin. So, was bist du? Ach, Mana-Kristall. Die benutze ich irgendwie gar nicht, ne? Weil... Hat noch gar nicht das Bedürfnis. Da oben ist zugewachsen. Da kommen wir nirgends hin. Von da komm ich auch nirgendwo hin. Also, hier und da. So. Sieht auch ein bisschen aus wie Amalur hier, ne? Wir haben so viel Gold. Wir kaufen aber das Königreich. Wir kaufen einfach mit dem ganzen Gold das Königreich. Was ist das für ein Geräusch hier die ganze Zeit? Ach, du bist das. Ein Zauber-Altar. Aha. Aber was hat's mit den roten Dingen auf sich? Dieser rote Wisp. Als ob wir dafür 100 XP kriegen. Was? Ich hätt vorhin den Wisp auch wegballern sollen. Aber der sah so süß aus. Als ob wir dafür... So, Talente. Direkt noch mal rein bei Blau. Ähm. Erhöht für alle Zauber den Schaden bei kritischen Treffern. Ist also egal, welche Magie wir verwenden. Das müsste für alle Zauber gelten. Bricht dein Schild, explodiert er und schlägt Feinde zurück. Das mach ich. Klingt legitim. So, warte. Hier nochmal. Schriftröllchen. Zauber-Altäre. Eine Erläuterung. Diese uralten, aristeischen Bauwerke sind in ganz Avium zu finden. Wenn du ein Magnus bist und dich einem lehrst, spendieren sie dir manchmal Zauber oder Ausrüstung, sogar ohne Gegenleistung. Warum die Aristeer diese Dinger überall aufgestellt hatten, ist nicht abschließend geklärt. Einer gängigen Theorie nach sind es Notfallbehälter. Wobei ich mich aber frage, mit welcher Art Notfall rechneten die Aristeer? Wahrscheinlich Katzen mit Namen drüber. So, was kriegen wir hier Schönes? Aha. Oh, 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 ohha. Da ist die Druckwelle. Hä? Hä? Was? Nein! Nein! Ich krieg da mal einen Truhen gezeigt und kann da nicht hin. Ich brauch erstmal noch... Ach, das ist ja wieder hier. Ich hätt's wissen müssen. Wir sind schon ziemlich mächtig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. X war das, ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir sind schon ziemlich mächtig geworden. Der Feuerzauber, der macht schon gut was. So, da unten waren wir schon. Gehen wir einfach wieder. Gemma. Ähm. Ähm. King Kong. Einfach King Kongs Hand hier. Ähm. Warte mal damit. Gehen wir da jetzt... Oh, hallo. Da drüben. Wie kommen wir denn da hin? Ich glaub, von da springen ist keine gute Idee. Okay. Okay, warte. Ist das illegal hier? So. Ich nehm alle Tricks mit, die ich kriegen kann. Da müssen wir rüber. Ähm. Dann würd ich sagen... Na los. Ah. Jo. Warte. Ah. So. Oh. Da ist ein Timer drauf. Oh. Wie gemein. Oh. Zum Glück sind wir immer so schnell. Und flink. Und behende. Wie so ne Scheißhausfliege einfach zerquetscht. Hier ist nichts mehr. Okay. Ne, da ist nichts mehr. Da ist ne Alpha Wand. Ich schau mich ja trotzdem um, ne? Ne Fackel wär nice. Weißt du was? Scheiß auf den Geiz. Scheiß auf den Geiz. Die Hand hätte uns hundert Pro zerquetscht. Hätte uns hundert Pro zerquetscht. Maaan. Ich will die ganzen vier Tüsten hier. So. Oha. Scheiße. Sir. Ein rashanisches Schiff vom Orden der Masken hat soeben meine Position überflogen. Ich seh's mir an. Negativ. Ich brauche dich bei mir. Wir wissen bereits in welche Richtung es unterwegs ist. Es flog aber nicht in Richtung Front, Sir. Die interessieren sich wohl für irgendeinen Tempel da draußen. Ein Agnus des Ordens ist zu stark für dich, Jack. Wer weiß. Cooles Outfit. Sir, es ist die Hand. Bist du sicher? Okay. So was von sicher. Das hier muss wichtig sein, Sir. Okay. Erteile Sperrauftrag. Folge ihnen, aber nicht angreifen. Finde heraus, wonach die Hand sucht. Kirkin. Ich werd mich bemühen. Mhm. Mhm. Ich bin gerade an Omas Fest. Oh shit, komm ich weg. Ich bin gerade an Omas Fest. Oh shit, komm ich weg. Als ob. Ich hab nur gerade weggemacht. Die sind das Loch darunter. Oh nein. Ich hab keine blauen Kristalle mehr. Oh nein. Ah, okay. So, die Hand war das also. Mana Kristall voll. Okay, okay, okay. Die Portale. Ich will die Portale benutzen, man. So. Wir müssen wahrscheinlich mit nach unten, ne? Bevor wir aber mit nach unten gehen, hab ich ne gute Idee. Wir schauen uns erst mal um. Hier zum Beispiel. So. So. Oh. Okay. Hier ist sonst nichts. Hier ist wie so ein Puddingriese. 100 pro können wir die auch irgendwann wegmachen. Diese Arglonen. Da können wir hier bestimmt irgendwas freischalten. So. Gute Idee. Mana Kristall nutze ich gleich. Ist ne gute Idee. Wir haben ja eh noch einen übrig. So. Hier lag noch irgendwo einer, ne? Dann können wir den gleich mitnehmen. Ich bin manchmal ein bisschen geizig mit In-Game-Items. Ist euch bestimmt noch nie aufgefallen. Boah, Mann. Warte. Von hier kommen wir. Ja, ne? Von hier kommen wir. Klar. Komm. Komm. Ja. Wir. Ja. Wir. Wir. Äh. Das ist schon richtig. So. Trink nochmal was. Ja. Ich müsste mir eigentlich einen heißen Tee machen. Ich hab äh. Die. Anderen Getränke. Ich weiß nicht, ob das grad zu gut ist. Ich sollte mir eigentlich einen heißen Tee machen. So. Dich nehm ich noch mit. Jippie. Aha. Hand. Hand. Der Tempel von Aristeia. Hand. Wow. Underdark. Okay, das sieht sehr geil aus. Wer baut denn sowas? Warte. Hab ich da unten was gesehen? Ne. Hab dich getäuscht. So. Okay. Wir können hier alle schon mal aufschießen. Eigentlich. Die anderen müssen wir noch finden. Da hinten ist eins. Treffen wir das nicht? Le Blau. Le Blau. Und Le Rot. Treffen wir nicht? Le Rot. Le Rot. So. Hier gibt's doch bestimmt noch Secrets, oder? Ich kann doch nicht jetzt schon weglaufen hier. Nicht nach unten gucken. Da, guck mal. Da ist auch ein Buch oder sowas. Guck mal hier. Ah, ich hasse es. Heiligtum Lied der Dru Amen. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Dich vom Schicksale beschenkt. Ja, siehste? Besonnen, Plan und Denken. Nicht mal durchlaufen. Ja? Und deswegen lass ich mir immer Zeit. Weil wir dann vom Schicksale beschenkt werden. Wir warten noch drauf, aber... Ach so. Vom Schicksale beschenkt. Oh, cool. Malerwürfel. Oh. Oh. Uäh. Da hinten ist auch... Was? Warte. Warte. Da sind wir schon. Hallo. Vom Schicksale beschenkt. Uäh. Uäh. So, Rinyi. Hallo? Wow. Large halt einfach rein, du Idiot. Ähm. Zu stark, was? Ach Jack, was ist nur mit dir? Fünf Jahre Übung und nichts gelernt. Oh, die kann fliegen. Wie geil. Ich will auch. Tschüss. Du bist cool. Ich nicht. Na gut. Sie ist viel cooler als wir. Das war's schon. Wow. Diese Macht. Das ging aber jetzt ziemlich zügig. Wow. Wow. So. Kann ich jetzt noch ein Bad nehmen? Achso. Stell dir mal vor. Weißt du? Weißt du, was echt scheiße ist? Stell dir vor, du bist Jesus. Ja? Du bist einfach unser guter alter Kumpel Jesus. Und du gehst ins Freibad und willst ne Arschbombe machen? Juppi! Kacke. Steiß gestaucht. Einfach wieder. Das ist super ärgerlich, oder? Jeden Sommer das gleiche. So. Warte. Ich mach mal hier. Ich sammle mal. Äh. So doof. Äh. Ich sammle mal Stuff. Da hinten ist auch so was. Warte. Hier. Wir gönnen mal. Hier waren die Truhen. Manakristall brauchen wir jetzt nicht mehr. So. Gut. Ähm. Wir haben jetzt noch hier oben die Dinger. Ähm. Was? Oh. Das ging ein bisschen tiefer rein, als ich dachte. Da oben geht's noch hoch. Warte. Bin ich hier bei dem Wehmann, oder wat? Warte, was mal nie schön ist. Haftzauber. Mit dem Haftzauber kann ich Feinde verlangsamen. Tatsächlich manipuliere ich damit die Zeit um sie herum. Sehr nützlich gegen Nahkampf erprobte Feinde und alle anderen, die lieber da bleiben sollen, wo sie gerade stehen. Oh, okay. Hust, Hust. Okay. Äh. Sehr cool. Dann war das auch. Ah. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Hier kamen wir her. Und da müssen wir durch. Wir haben da einmal den blauen. Haben wir noch andere Kristalle hier? Ach, ich kann damit die Tür da verlangsamen. Wahrscheinlich auch, ne? Objekte kann ich auch verlangsamen, nicht nur Feinde. Ja, okay, warte. Dann schau ich gleich mal. Aber ich wollte vorne mal schon auf der anderen Seite hier gucken. Hier war nix. Das ist enttäuschend. Okay. Äh, Hafti. Auf Kuh. Okay, cool. Und dann mit der rechten Maustaste. Das wird ein bisschen tricky, aber wir testen das mal. Da muss ich auch mal rüber, warte. Und dann rechte Maustaste. Okay, das geht. Da sieht gesteisch aus. Ich konnte sie nicht aufhalten. Verstanden. Geh schnellstmöglich zurück an die Front. Der Heuler nahe dem Vestor nagelt unsere Soldaten fest. Bin unterwegs. Der Heuler. Da war vorne mal einer mit Chat, hab ich gesehen. Und der ist jetzt ingame. Das ging schnell. Der Heiler. Der Heiler. Der Heiler. Kannst du jetzt auch mal seine Zeit? Ja, du bist. Der ist ja, du bist. Vielen Dank.